Hallo, mein Name ist Martin Kober, Geschäftsführer von Alpenkraft und die Sonne scheint mir in die Augen. Glaubt mir, es sind ein bisschen Tränen von der Sonne, aber nein, es sind nicht Tränen von der Sonne, sondern wirklich vor lauter Glück, weil heute ist wohl, ich glaube, der wichtigste und schönste Moment in der Geschichte von Alpenkraft. Wir stehen nämlich hier am Feuerberg auf über 1760 Meter Höhe auf der Gerlitze und neben mir ist die Anna Berger, die Juni-Chefin des Mountain-Ressorts Feuerberg auf der Gerlitzen und ja, wir werden zukünftig kooperieren und das freut mich sehr, liebe Anna. Schaut euch einmal bitte auch diese Aussicht an, es ist ein unglaubliches Ressort, was ihr hier geschaffen habt. Ich glaube, der Uropa hat angefangen hier, oder? Sogar noch eine Generation davor, ja, ja, tatsächlich. Also ich bin wert theoretisch die fünfte, weil Papa ist die vierte, ja, ja. Super, also es macht mich unglaublich stolz, dass wir hier Partner sind und jetzt die Zugspitze installieren können. Ich darf die jetzt, die einmal feierlich übergeben. Vielen Dank. Und dazu nochmal ganz kurz, ihr habt ja die Zugspitze auch getestet, glaube ich, ist ja nicht so, dass wir einfach sagen, ihr macht das jetzt, sondern das hat ja einen Hintergrund. Ja, genau, also wir haben die Zugspitze getestet bei uns zu Hause und das war einfach ein einzigartiges Duscherlebnis eigentlich. Es war mit den drei Einstellungen, das war wirklich fantastisch und dann haben wir gesagt, wunderbar, wenn uns das so taugt, dann haben wir das Gefühl, dass das auch was für unsere Gäste wäre und ja, jetzt stehen wir da. Jetzt sind wir an dem Tag, wo wir die Duschen tatsächlich dann in die Zimmer auch hängen. Perfekt. Und wir sind ja ein großer Verfechter der Regionalität und was passt doch besser als ein vieler Unternehmer, die in Deutschland produzieren und so hat sich das Ganze dann ergeben und wir freuen uns genauso. Ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr. 150 Zimmer für die Gäste des Feuerbergs, mehrere Chalets. 120. 120. Aber inklusive den Chalets werden jetzt installiert mit der Zugspitze und das machen wir jetzt. Wenn auch ihr dieses Wellness-Feeling daheim haben wollt, wir haben jetzt gerade super Weihnachtsangebote und ja, wir wünschen mir eine schöne Adventszeit noch und frohe Weihnachten, Anna. Vielen Dank, ja, frohe Weihnachten. Danke dir. Danke dir.